Hey Mob, macht's dir was aus, wenn du mal kurz vorbeischaust? Diesmal ist's ernst, wir haben ne böse Astralerscheinung. Das ist Shigeo Kageyama, auch bekannt als Mob. Er ist ein echtes Medium. Und Arataka Reagans überlegene Schüler. Du musst dir im Klaren sein, dass deine Kraft wie ein Feuer in dir brennt. Doch er kann diesen Sturm nicht ewig kontrollieren. Und wenn sein Limit überschritten ist, bricht sich die Saban. Wer hätte gedacht, dass du so ein mächtiger Esper bist? Ich bin dein Ende. Ich bin Grübchenloch. Ist doch das Wahnsinn, ich bin doch keine Grübenklautche. Du hast es mir versprochen, dass du deine Psy-Kräfte nie gegen Menschen einsetzen wirst. Ich bin sehr süß dafür, dass du ein